Gitätschehen KToK ko!!! Wien haben wir denn da, ist das nicht Marios Recherchehse? So, spring nach oben. So, nein. Jetzt, da, hh! hahaha diesmal melo ohne ich muss die schone noch melone so wie schön du doch bist und jetzt am besten gleich vor dir explodieren genau so hahaha siehst du baby bowser was macht er denn jetzt das kenne ich so noch nicht was das ist das ok danke was ok so ok und gut das meine ich an sich der kampf ist so kann es sein dass der kampf schwerer wird die zahl das ist wirklich hart genug für dieses mal also je höher ich bin von der zahl her desto schwieriger wird er kann das sein ich weiß es nicht aber wir haben es geschafft halalalalala bing bong bing bong jetzt werden alle joshis nicht befreit eigentlich also von der logik her müssen wir jetzt den schwarzen und weißen wieder befreien und baby bowser tschüss bis zum nächsten mal wir müssen doch jetzt eigentlich alle befreien können weil wir sind ja da und baby bowser ist weg und alle schergen sind weg ich bin gespannt und ich glaube schlöp 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 und über 21.000 punkte das sind ganz viele punkte das sind ganz viele punkte sind und jetzt geben wir meinen namen ein ja zweite runde geschafft vom spiel jetzt fehlen uns noch zwei andere runden und dann ist das komplette spiel geschafft jetzt wird wieder noch mal die geschichte erzählt die musik ist diesmal zu cool die joshis durften keine zeit verlieren sie mussten ihr glück wieder finden böse kreaturen bedrohten die joshis und die zeit wurde sehr knapp ja 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 der happy baum war noch so weit weg die joshis mussten ihr bestes geben und nächste seite die kleinen joshis verirrten sich in einer dunklen und mysteriösen höhle ja 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 es ist das reich des knochendrachens zögern würde bedeuten gefressen zu werden aber wir wurden nicht gefressen dank deiner hilfe entkamen sie der höhle und konnten ihren weg fortsetzen auf der suche nach dem glück erreichten die joshis einen turm mhm der steile aufstieg war sehr anstrengend am ende wartete in wieso ein böser geist am horizont sahen die joshis eine festung ba ba da da das nintendo lied ist so ein tolles lied oh jetzt haben wir hier angefangen ja zum ersten mal durften die joshis schwimmen das planschen bereitete ba 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 ihnen viel freude doch das vergnügen dauerte nicht lange an denn so finstere gegner wie alibert und big hickblub lauerten in der endlosen tiefe das wasserlevel das bibi level der mächtige ocean beeindruckte die joshis unheimlich allen gefahren zum trotz bahnten sie sich ihren weg durch die fluten von wilden raubfischen bedrängt verging ihnen bald der spaß am schwimmen macht alle mit nach der beschwerlichen suche nach dem glück erreichten die joshis das letzte kapitel in dem schloss wohnte baby bowser der diabolische autor des buches die joshis konnten ihn in die flucht schlagen und das ist so ein süßes bild ich liebe dieses bild die suche nach dem hepp nach dem sagenhaften happy baum fand ein glückliches ende der linke und der ganz rechte sind so süß die joshis besiegten baby bowser und die freude kehrte zurück und nun leben sie wieder im wohlverdienten glück mal wieder dumm dumm bam bam happy end schlick klick schlick 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 schluck schnack herz bam bum bam schlick schlick du schlick schnack Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann auch ein schönes Jahr, ein schönes Wochenende, ein schönes Alles. Tschüss. Auf und out, Funkroyal. Gott, oh Gott, fast vergessen.